Ähm... Fünf, drei... Es ist bloß einer... Ach, das ist... Shit... Nein, das ist... Oh, shit... Mmm... Hä? Muss ich jetzt nicht verstehen... Gut, dann... Gehen wir jetzt gleich nach oben... Gut, ähm... Die ziehen wir jetzt runter... Oh, das Ende ist im nächsten Level... Äh, der nächsten Runde dann gefallen... Äh... Flugzeuge haben wir hier... Eins... Zwei... Drei... Vier... Ähm... Na, 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 na... Ey, was sehe ich denn hier unten? Achso... Ich dachte, da kann das alles... Alle Leute... Oh, puh... Mal schweigen gehabt... So... Reparieren... Verstören... Oh... Böse. Muss langen jetzt. Damit auch. Die Einnahme von Ostendern ermöglicht Luft- und Marienverstärkung und mögliche Evagierungsversuche der Briten zu vereiteln. Sehr schön. Jetzt haben wir Schiffe. Taufen. Na gut. Egal. So. Wo haben wir jetzt noch Einheiten? Haben wir eigentlich schon... Warte mal. Hier haben wir gerade gelandet. Alles klar. Ähm... Erledigt. Brauche ich das? Dann muss ich das einnehmen. Eigentlich nicht. Nee. So. Direktangriff oder... Ah, ist nichts mehr. Okay. Nein, vergessen. Achso. Der. Oh, es gibt noch einiges. Achso. Ich lach gerade. Ah. Er ist abgeschnitten. Nichts abgezogen. Ah, Flugabwehr. Au. Kalé erobert. Deutsche Truppen haben die Hafenstadt Kalé an der Kanalküste erobert. Aha. Was heißt das jetzt für uns? Au. Da sind ja noch richtig viele Einheiten unterwegs. Lieber Scholli. Ähm... Erstmal Bomber reparieren. Reparieren. Unbedingt reparieren. Äh... Zerstören. Der hat es doch schon wieder überlebt, ey. Das ist doch zum Kotzen. Äh... Hinterher. So. Kaputt machen. Das sieht halt ständig überleben, ey. Oh. 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 Jetzt können wir den wieder einsetzen, hier. Angriff gegen Land. Bla bla bla. Okay. Dann nehmen wir uns doch hier... Was ist denn? Über ein Flugzeug? In der nächsten Runde. In der nächsten Runde. Oh. Jetzt macht es gut. Jetzt macht es so leid. So. Oh. Oh. Shit. Jetzt habe ich den. Naja. Gut. Okay. Artillerie. Wenn wir mal die Flugzeuge hier stationieren. Und dann versuchen den runterzuholen gleich. Hab ich jetzt noch einer vergessen? Nee. Wir haben mich versucht immer abzuschneiden hier. Okay. 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 Wir ziehen uns hier erstmal ganz schmeidig wieder zurück. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir die einheitlich verlieren hier. Schnell dahin. So. Flugzeug. Da. Können wir das schon vor, uns Wagen vorzustoßen? Ja. Das ist ein Panzer. Fuck. Gut. Okay. Gut. Flugzeuge raus. Wieder rein. Äh. 3 zu 1. Jo. Oh. 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 war für uns da unten. Ja. Das hier wird nochmal ein bisschen knackig. Ähm. Ansonsten sieht es doch jetzt entspannt aus. Du nicht. Ah. Da kommt Schüttel. Fuck. zurück. Wo will denn der hin? Oh mein Gott, der rutscht auch noch hinterher. Wir müssen zurückziehen hier. Dann müssen wir uns unbedingt zurückziehen, sonst macht ihr uns platt demnächst. Wow, Wahnsinn. Okay, fliegen wir jetzt hoch gegen die Schiffe oder gegen den Panzer? Gehen die Schiffe an. Dann machen wir dicht. So repariert ist es. Jetzt holen wir uns dann der Flugzeug hier noch. So, fang den ab. Torpedo einsetzen. So, Nummer eins gesunken. Wunderbar. Die Flugzeuge sind auch bald zur Unterstützung da. Verbinden das, dann haben wir das ganze Gebiet eingenommen hier. Das sieht alles sehr gut aus. Jetzt können wir den heilen. Das waren alle Einheiten. Ne. Ach, der Aufklärer. Ja gut, dann lass uns die ohne operieren. Ja. Meine Güte, bist du bald fertig hier? Oh, drei. Aua. Ups. Badlands. Oh, ja. Cad вашまだ эта fer masklaus? der holt ab verdammt doch fünf rund dauert dann haben wir wieder ab haben statt eingedommen schon ja da unten ist ein hafen da kommen meine flugzeuge wo meine jäger wo war meine jäger die waren hier genau sieben runden können die da gleich unterstützen keine flugabwehr glaube ich so die schiffe jetzt gleiche schichte sieht nicht so gut aus da da traue ich mich noch nicht so wirklich vor da nehme ich die hier und gehe nach oben und das sieht doch ganz entspannt aus ok da unten denn ab und der jetzt nicht auf den oder auf den da schießt dann haben wir noch vielleicht Glück aber nein das sieht nicht so aus ah shit jetzt haben wir ihn verloren fuck naja keine ahnung keine ahnung was das denn hier scheint flugabwehr zu sein greifen wir jetzt jetzt hat er mal nächste runde mist halte ich mich erst mal zurück ja ich habe mich erst mal zurück ja ich habe nichts mit jetzt haben wir jetzt ist aber noch ein flugzeugen gegner schritt warte mal jetzt ist alles aufgedeckt das ist ja nice attacke ich bin in zwei natürlich die dass sie verbinden und dann ist der komplette bereich unserer hand so, das war's so, ja komm jetzt geht's weiter oh, wo war er denn da ah, hat uns abgetrennt oh, Schweine gehabt nein fuck nein das hast du nicht, mach du Arsch ach, du Kacke ne, hau mal ab jetzt wollen sie alle pflichten hier jetzt hauen sie auch alle ab hier so, gucken wir mal als erstes zurück zurück hier entkommt uns nicht hier 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 noch eine hier 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 Ahem. Ahem. Da sammeln sich ja ordentlich Einheiten da. Was wir uns die ganze Kacke hier angucken, ey. So. Schalten Sie ein Fahrzeugtip Spitfire aus. Ja, hier ist kein Spitfire. Doch, da unten war noch eine, ne? Wo, 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 wo? Warte, 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 warte. Spitfire. Da. Stefan ist Spitfire. Also schicken wir unsere Einheiten. Unsere Flugabwehr da nach unten. Zerstört. Ja. Das ist gelungen, typische Fahrzeuge aus bis Süd zu erbeugen. Wow. Eine Flugabwehr oder sowas. Aber obwohl, halt, stopp. Die können wir gut gebrauchen, die Spitfire. Wir werden sie mal hier mit ein bisschen triggern. Hier kommt die Spitfire hinterher. Ist doch das... Ne, ist das gar keine Spitfire. Äh. So. Das ist jetzt erstmal mit Kuhkutsche. Die皮. So. Das wird das Ganze. Nein. Lass Stufe. Die Kuhkutche. Die Kuhkutche. Die Kuhkutche. Das wird gut. Die Kuhkutche. Das liegt. jetzt ordentlich auf das wird der kann auch noch das kommt ja auch alles klar zwei mann ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Könnten auch ein Flugzeug kaufen 116 Kaufen, Flugzeug Jagdflugzeug Kaufen und aufstellen Wollen wir Oder habe ich nicht sogar Ne, habe ich nicht Oder scheinen aber alles Einheiten Gewissen zu sein, die wir verloren haben Die wir hier in der Mission erst bekommen haben Dann muss ich mit den Kopf machen Dann ist es ja nicht so schlimm Ja, Flugzeug, Flugzeug Tatscherbomber 984 1188 Ach komm, was soll's Kaufen wir uns, gönnen wir uns Aber wo können wir den hinstellen? Da Wunderbar So Jetzt machen wir erstmal Den platt Dann noch den Mit bisschen Glück Geht er gleich nach oben Geht er natürlich nicht Und zwar stellen wir erstmal über den Damit der uns nicht abhaut Ist die Frage Wollen wir uns vorwagen Und die angreifen Oder Oder lieber nicht Reparieren Erstmal hier So Den habe ich gerade erst rausgeholt Meine Flugabwehr Schien wir Nah hinten hin So Den kommt er her Der kommt er ja uns hinterher Ich weiß nicht 3 1 Den reparieren wir Dann greifen wir Den an Damit kann ich leben Haben wir noch irgendwo eine Einheit Komm Schass Angriff Auch zerstört Gut Schalten sie alle Falleinander Hätten Ah Müssen die Sowieso noch Schalten sie ein Flugzeug Das Typ Spitfire Aus Ja Da sind wir ja dran Toller Klappt nicht Nicht Erfolgt nichts Nicht Dammit Geh Boat He He Das war's für heute. mit der jetzt ins wasser platzschte wirklich schön dann müssen wir gegen die nicht kämpfen verdammt ich muss zurück aber hier haben wir noch einen neuen warte mal dann holen wir erstmal den weg wunderbar ja das sieht doch ganz hervorragend aus mit dem wärmer zurück und wieder versorgen bekommen siehst du dich zurück du nach oben reparieren da steht eine einheit drinnen warte mal was sollte man übernehmen jetzt mal kurz mal gucken es sind nur 24 einheiten die wir ausschalten müssen okay das hatten wir gerade gemacht so jetzt müssten alle einheiten der firma er hier okay du noch den schicke ich mit runter oh es mangelt an geld geht er noch? ach so er, ja gut denn jetzt noch der aufklärer 0 haha trottel haha trottel 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 auch mein ich sehe gerade die folge geht ja schon verdammt lange wir lassen den jetzt den zug beenden hier noch gut so ja okay alles klar gut die folge jetzt schon verdammt lange deswegen beende ich sie jetzt hier und in der nächsten folge werden wir denke ich mal das level hier erlegt haben wir werden jetzt die ganzen einheiten noch aufreiben aller ruhe entkommen kann es ja auch nichts mehr auch nur die flugzeuge zurückschicken müssen da verstärken ist ja schon wieder da und dann sage ich danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal